hallo und herzlich willkommen beim achten part ich hoffe dass die facecam dass das mein neues programm dass das geht das ist jetzt weil ich hatte beim letzten programm hatte ich probleme machen wir machen wir die rangliste durch rating manchmal wieder die rammliste durch die maus hier schon ja ausgeschaltet und wir gehen jetzt erst mal die rangliste durch und wir müssen mal schauen ich habe jetzt neues programm weil das letzte programm weil mein standard webcam aufnahmeprogramm das ist ein bisschen scheiße wenn ich mal sagen darf weil das sony weg das probleme mit das irgendwie irgendwie sie wie du datei immer so scheiße die crash wenn es zu krass asynchron weil das zu krass asynchron ist und die das macht sich alles so beschissen einfach das mal asynchron und wenn zu sehr asynchron ist dann crash die video video datei von der webcam alter deswegen muss ich zwei folgen auch löschen weil das alles so war das so dem nicht und naja balls machen wir mal muss ja auch erst mal so rein kommt ja wenn mein ball da landet wo es ist muss ja die webcam weg machen weil dies ein bisschen ja auch so dass ist dahinter ich dachte 23 ich habe die mir an den kopf geschmissen wahrscheinlich 6 1 in der mitte ist free was heißt das 24 2 na ja ich habe ihn drinnen und mir fehlt die mucke hier ich meine ihr hört sie aber ich nicht weil ich macht ich schneide die mal im nachhinein rein na na komm 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 was war das schon neun wieso helfes ich finde das irgendwie blöd ach das ist bingo oder ich habe hier ist nicht ich habe hier ist nicht schuldigung ich ach so mein ding der quietscht auch nicht mehr wie die 40 hilft wenn ich das jetzt schon nicht gesagt habe wenn ich das nicht schon gesagt habe ich weiß es nicht was ist wer denn Detach Trashcat... Was zur Hölle? Mist. Entschuldigung. Was soll das? Das ist totaler Blödsinn schon wieder. Death One Extreme. Death One... Wow, das fetzte mir gerade wirklich meine Ohren weg. Wieso hätte ich die Ohren weggeflogen? Das ist ein bisschen schwierig. Oh, oh. Oh, oh. Ah... Ah... Es geht aber hier, ne? So. Alter. Nein! Oh, Alter. Alter! Nein! Oh! Oh, Gott! Nein! Ich hab verloren, oder? Was? Alter. What the fuck? Alter, neu. Das fetzt immer so in die Ohren weg. Warum? Death One. Viel Glück. Ich muss noch ein Glück haben, einfach. Ich hab doch gewonnen, Alter. Alter! Ich war auch echt ruhig, weil ich so gedacht, innerlich gedacht habe, Nein, nicht schon wieder, nein, nein, nein. War aber nicht schlecht. Muss man mal zugeben. Hapun One. Hapun One gefällt mir nicht so. Wir werden ja schon mit dem Sohn gemacht. Papa, mach mal Hapun an. Ja, mein Sohn. Alter, wie mein Sohn penetriert wurde gerade. Alter. Oh, ich lebe aber noch. Ich lebe noch. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Alter. Alter, wie geil. Oh, fürs Twi nicht schlecht. Habe gedacht, ich müsste da dezent sterben, Alter. Mini Pogo Game. Pogo. Och, nö. Noob. Beta. Komm hoch. Ja. Ein Hacker. Ich bin zwar keiner, aber naja, muss ja nicht sein. Nein. Hier musst du so ein bisschen. Geh doch mal hoch da. Ich bin doch gesprungen, du Vollidiot. Ja. Ist durch die Bälle durch. Ah. Woops, Ring. Oh. Z, 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 Z. Z-Doden. Rope Swing, das hatten wir auch noch nicht. Grab Platform for Stark. Das ist kreativ. Das ist schon kreativ. Das kann man so... Ja. Das ist schon... Das ist nicht schlecht. Last Fish. Eios. Last... Eios. Fis. Lost Fish. Ach, Lost Fish. Okay. Kann man hier noch was machen, oder? Okay. Ich war dumm. Ich war da... Ich war dumm. Entschuldigung. Passiert hoffentlich nicht wieder. Ja, weil das wäre... Hui. So. Halt, 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 halt. Kannst du auch mal... Oh, hab ich Glück gehabt. Alter. Auch wenn ich meinen Fuß verloren habe, aber... Oh. Ah. Alter, komm, komm hoch da. Komm hoch. Geh hoch. Geh hoch. Oh, Alter. Was war das? Ach so, die sind... Nein. Das habt ihr nicht gesehen. Alter. Was war denn das? Oh. Meine Fresse. Hui. Ich kann doch nicht warten, Alter. Ja, das ist immer so schlimm. Man kann nie warten, hier. So. Ja, das muss auch passen. Ja, toll. Jetzt haben wir... Scheiße, auf der Fuß, Junge. Weißt du jetzt immer noch? Ja, egal. Das war so ein guter Run, Alter. Der war so gut. Mensch. Mensch. Ah. Ah. Aua. Falls einer fragt... Falls einer fragt, wann der Livestream kommt, die muss ich nochmal aufnehmen. Also die Aufnahmen vom Livestream, meine ich. Die muss ich nochmal in einem anderen Programm aufnehmen, weil die... Die Aufnahmedatei hat ein Problem. Die kann ich zwar abspielen, bei mir, aber ich kann die... Ich kann die weder bearbeiten, noch sonst irgendwas machen. Und den ganzen Stream so hochladen, Alter, das geht auch nicht. Wenn man eine 6-Stunden-Datei... So laden wir eine 6-Stunden-Datei hoch. Aber die muss ich das so noch... Muss das noch ein bisschen schneiden. Damit das auch was so wird. Alter, ich habe sowas von verloren, Alter. Ich habe hier sowas von verloren. Du, dein... Kannst du auch mal dein Scheiß-Drecksbein loswerden? Dankeschön. Hoch! Nein! Hoch da! Hey! Ach so! Gönn! Komm, 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 komm! Komm! Du blöder Vollidiot! Du und deine Scheiß-Drecksbeine da! Boah! 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 So, haben wir ja nicht mal gewonnen, ne? Boah! 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 Na! Ich bin doch ein Expert! Easy, Medium, Hard! Ja, ja, awesome! Boah! 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 Das sagt mir was, aber... Was ist das? Das sagt mir was. Ach, das... Das spiel meine ich. Ach so. Das spiel meine ich. Ach, das kenne ich, das spiel. Das habe ich mal auf YouTube gesehen. Das habe ich mal geguckt. Nur das ist ein Horror-Game. Nur das ist jetzt... Wer es spielen möchte, kann es selber machen. Das wird es zu lange aufhalten. Save your melon, finde ich nicht so gut. Don't move hard. Hard donation oder was soll das sein? Ja, gucken wir einfach mal zu. Huiuiuiuiuiuiuiuiuiui... BAMS. BAMS. Das kennt man ja alles. Im Grundprinzip kennt man das ja, aber es erinnert sich aber ein bisschen. Ist manchmal ja auch geil gemacht, muss man ja mal zugeben. Manchmal ist es schon geil. Ja, ich muss die Streamaufnahmen. Hey, Bottle One mit einem Herz, auch geil. Ja, Bottle One mit einem Herz ist oft schlecht, aber ich muss das Ich muss das halt nochmal aufnehmen, damit ich das auch schneiden kann. Das muss ich die Tage mal machen. Ist jetzt kein Problem, aber es dauert halt. Sechs Stunden muss ich nochmal aufnehmen, dann muss ich das noch schneiden. Das dauert. Basketball. Was? Oh! Nette Idee. Aber wir hätten nicht Basketbälle nehmen können gleich. Na? Läuft doch. Habt ihr ein bisschen rumgeeiert zwischendurch, aber naja, kann man machen. 99% Impossible. So ne Level kenne ich. Hintzen, schwul. Ja, wäre ich da jetzt nicht rauf gefallen, dann halt. Wäre ich da jetzt nicht rauf gefallen, dann... Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Haha. Von wegen 99% Impossible. 100% Impossible. Ja, das hatten wir ja eh. Wir hatten ja schon überreden. Neon Stairs One. Was? Ach, das kennt man doch hier. Ja, kennt man noch. Papa, das kennen wir doch. Das haben wir doch schon gemacht. Papa, was machst du da? Ich habe uns gerade geopfert, mein Sohn, weil das scheiße ist. So. Ach, das kennt man schon. Na gut, kenne ich schon, aber ihr nicht. So. Machen wir mal. Wieso machen wir das ja nochmal, Papa? Weil die Leute das nicht kennen. Das müssen ich auch mal channeln. Papa, Papa, Papa. Wir müssen doch verarschen, verarschen, verarschen. Weiß nicht, ob ich das überhaupt... Tschüss, mein Sohn. Guck, mein Sohn noch? Ne. Na gut, Sohn und Mann muss hinten bleiben. Das, äh... Ja, rennen wir nochmal weiter. So, schauen wir mal. Was kommen wir denn noch? Multi Level Challenge. Was? Multi Level Challenge. Was? Achso, ich wollte schon wieder sagen, hier ist wieder so ein Fate Hooppen. Neustarten, ne, beenden, fünf Sterne geben und erneut starten, weißt du? Das haben wir nicht immer mehr oft hier. Click Button to choose. Ach, das ist auch geil, ne? Ich mach Bottle One. Bottle One. Bottle One. So. Willkommen zu Bottle One. Ich wollte doch den Vorderrad machen. Au. So. Das ist schon hier eine geile Idee eigentlich. Schon wieder... Ähm. Von eben die Steuern. Das war sehr schön. So. Mal hier Bottle One. Die haben mich ja verkackt. Weil ich ja so im Arsch bin. Ach, schoss doch an deinem Arm. Den Arm nehmen raus hier mich. Ach, schoss doch an deinem Arm. Nein! Du willst mich doch verarscht. Au. Ja. Kann passieren. Das... Naja. So. Games 2016. Äh. Obst der Kurs. Minis. Ach so. Muss ich langsam rüber. Sonst. Yeah man. Alter. Darf ich nicht rüberkommen? Das war easy. Ach. 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 Harpoons. Okay. Schuldige Sohn! Oh. Ach. Ach. Meinen Sohn... Meinen Sohn... Meinen Sohn hat es nur erwischt. Ach egal. Was? Tanks-OP-Legen. Oder was? Was? Warte, mich verarscht jetzt? Oder was? Bam. Classic Bridge? Autsch. Autsch. Papa, mein Arm tote weh. Ich weiß. Ah. Da hat er voll den Stab im Arsch. Und der Sohnemann voll im Kopf. Schön. Fast. Du musst doch schnell fahren. Wie soll ich das denn machen, bitte? Wie soll ich das denn machen, wenn der scheißen Mannekeken da liegt? Ha? Ah. Mann. Ja. Einmal mache ich. Ich... Aber ich hab da nicht so... Das geht ja noch. Ab uns. Mal fangen wir mal durch hier. Easy going einfach. So mal den... Kackschalter da aktiv... Du musst mich doch verarschen. Aktivier den Kackschalter da. Meine Herr nochmal. Bam. Na komm hoch da. Papa, was machst du da? Falling Minya. Tschüss. Tschüss. Ah. Ja. Geht doch. Mein Sohnemann hat's aber zerlegt. Papa, mein Kopf tut weh. Der ist ja auch ab. Nee, den geh mal wieder hier ran, Junge. Den brauchst du noch. So. Hm. Speedtest. Speedtest. Soll ich jetzt Drogen nehmen oder was? Was? Alter. Nee. Du hast mir zu krank. Da ist mir zu krank. Try to stop this. Magic save the memory. Ballslu. Hm. Komm mal. Hm. 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 Komm. Hm. Ach. Ouch. Ja. Das ging ja mal. Ernsthaft? Ich brauche die Taste zu tun. Das ist mir scheiße. Ich muss immer in den Bildschirm klicken, dass ich mich bewegen kann hier einfach. Das ist Blödsinn einfach. Da ärgere ich mich ein bisschen. Weil ich mich geärgert habe, habe ich gewonnen, oder? Nein, doch nicht. Direkt gewinnen. Hä? Ich habe die festgehaltenen Meloner. Leck mich doch am Arsch. Ich halte ihn gleich hin. Den Arsch. Weißt du noch. Obwohl, ich bin ja ein Arschgesicht, weißt du. Den halte ich ihn die ganze Zeit schon hin. So. Naked Glitch. Nö. Nasa. Ja, ja, ja. Great Five und so. Zwerg Throw. Kann man auch mal machen. Habe ich auch noch lange nicht gemacht. Alter. In den Kopf. Boah, der hat schon den Stiel in den Schritt gekriegt. Das ist auch schön. Na, in den Kopf. Boah, der hat Glück gehabt, Alter. Alter, in den Kopf. Nein, 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 nein. Du willst mich doch verarschen, Junge. Ja, genau. War aber ein guter Run gerade. Aber nicht so gut, dass ich da... Ah, die hat voll in den Schritt gekriegt. Mein gut, das ist eine Frau gewesen, aber... Ah, in den Schritt. Zwar nicht ganz in den Schritt, aber... In den Kopf. Den anderen auch in den Kopf. Auch schön. Oh, der war gut. Und der Scheiße. Wie die da am Schreien war. Die so mal chillen, die Frau. Ich mag so Swerg-Swing machen, tschüss Händler, die sind doch verarschend, verarschend willst du nicht, verarschend, warme, eins hat er sogar in den Schritt gekriegt, einfach. Der hat voll den Stiel in den Schritt gekriegt, einfach, dass ich mir 3 nehmen muss, das ist immer blöd, bam, in den Kopf, es ist doch bescheuert, dass ich mir 10 Schwerter nehmen muss, immer noch 1, ich hab's dir so schon verloren, alter, in den Arsch, was habt ihr, der hat das voll in den Arsch gekriegt. Krass, in den Arsch, einfach, nur. Ich hab jetzt noch Schiffen. Oh, in der Luft hat er es noch ins Gese- Ach, ich hatte echt Schwein gerade. Natürlich hab ich, das darfst du, sowas darfst du nicht sagen, hier, das ist... Stiel in die Eier, na gut, in den Schritt, in die Eier war's ja nicht, die hat ja keine Ahnung. Ah, der hat aber einen Stiel in die Eier gekriegt, einfach. Hui, in den Kopf, genau. Nein! Oh, Alter. Wieso musst du einmal 10.000 Schwerter schmeißen, das kann doch nicht wahr sein. Du wirst mich doch verarschen, Junge. BAM! Nein! Äh, gut, gut. Schuhe. Alter, in den Kopf. Der hat ihn in die Eier gekriegt. Jetzt sind wir zwei. Der hat ihn in den Schritt gekriegt. Hatte ich ein Schwein gerade, aber ich werde sie trotzdem verlieren, weil ich schon wieder zwei Stück schmeißen muss, Alter. Ah. Ne, ich mach dann das nächste noch nicht. Ich müsste doch heute mal den Part beenden, weil das hier völlig übertrieben ist, was ich hier gerade mache. völlig übertrieben einfach, aber... Die kann man halt wissen. Schnauze, Junge. Hm. Warum willst du mich doch verarschen? In fünf Sekunden. Mach das nach. Ich, äh... Alter. Was? Alter. Zwei, zwei, zwei. Was? Alter, wie geil war das denn gerade? Bam. Ins Gesicht, ey. Nein. Ins Gesicht. So. Schade. Muss schon wieder auf den Bildschirm klicken, damit ich hier... Kann die Wahl sein. Wieso muss der zwei nehmen? Blöder Vollidiot. Alter, in den Schritt. Ach, der lebt mich doch. Ah. Swordsbow. Alter, der hat zwei Schwerte in den Kopf gekriegt, einfach. Au. Die sieht mir auf den Kopf gefallen. Sag mal, könnt ihr mir mal sagen, was ihr da macht? Könnt ihr mir mal sagen, was ihr da macht? Es gucken Kinder zu. Gott. Es gucken Kinder zu. Hört auf damit. Alter. Warm in den Schritt. Die auf den Kopf. Alter, das kann man nicht sagen. Der kann es auch mal... Genau. Alter. Ah, der hat die Dings in den Schritt gekriegt. In den Kopf. Genau. Warm in den Kopf, Alter. Nein. Ich töte mich jetzt selber, oder? Glück gehabt. Ich hatte Glück. Ich töte jetzt mich. Das war geil. Und das ist scheiße. Wieso nimmt er denn 10.000 Schwerte auf einmal? Alter. Alter. Den noch in den Kopf. Ein bisschen werde ich hier noch machen, bevor ich den Part beenden muss. Die Zeit vergeht hier auch so krass. Du willst mich doch verarschen, Alter. In den Kopf. Alter, der hat die voll in den Schritt gekriegt, einfach. Ja. Nein, nicht auf meinen Schwertern. JB Impossible. Wieso hängen jetzt meine Kopfhörer so scheiße? Warte mal. Abmachen. In den Schritt einfach. Alter. In den Kopf. Wui. Mist. Nein, nein, nein. Komm. Ich will sie nur hinten machen, einfach. Na komm, 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 komm. Ja gut. Ja, die hinten sind schwie... Schwieriger wollte ich sagen. Da war es auch um mich geschehen. Oh, in den Schritt. Na komm schon. Alter. Der da rumstehen muss. Wui. Bam. Oh. Alter. Oh Gott. Bam. Nein, 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 nein. Ein Schwert, du Vollidiot. Nimm dir doch mal ein Schwert bloß. Ist das so schwer. Dann sind doch alle, Mann. Dreckiges. Wieso muss er immer drei Stück auf einmal nehmen? Das ist dem nicht. Bam. So was muss noch überarbeitet werden. Das ist ja nur ein Schwert. Statt drei oder vier. So, damit beende ich jetzt hier Dings. Machen wir das nächste Mal weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ciao.